Für die Sidekicks am Kabelzug benötigst du eine, beziehungsweise optimal zwei Fußschlaufen. Um den Oberkörper an einem Punkt zu fixieren, halte ich mich an der Stange des Kabelzugs fest. Du lässt das äußere Bein vor das innere Bein überkreuz gehen, um einen möglichst großen Range of Motion zu haben und kickst es dann explosiv nach oben raus.